Äh, leave you two alone. What, das andere hole ich mir dann an und dann könnten wir eigentlich ruhig noch schnellereise aktivieren. Meiner Meinung nach. I was just thinking about what it meant for there to be castles here on Dana. People build castles to protect things that are important for one reason or another. But not simply that. They're also used to project a ruler's power. So what you're saying is, even before the Renans invaded, the Danans were still being ruled over. It was just by other Danans. That's most likely the case, yeah. Though who knows how they led their people. But after seeing Deadeye... I can't picture them all that, but they're all about it. I can't imagine, since they were then gone, they were then again. Boah, that's a bit of a great deal. That would be great deal. That's all I can do with that. The entire time we were then gone, they were then again, they were then again. They had a fight and then they were then again losing. That's all we're doing. Boah, that's a bit of a good deal. That's a big deal. Ich würde mal sagen, machen wir mal eine Schnellreise, machen wir mal eine Schnellreise, definitiv. Das wäre einfach so geil, das wäre so geil. Ich bin eben auch gespannt. Aber etwas sagt mir, dass du das schon wusste. Das habe ich gemacht. Ich weiß nicht, dass ich etwas Schnellreise habe, wenn ich besser hätte. Wahrscheinlich, Deadheim ist nicht so gut, wie ich dachte. Aber warum würde er dir die Schnellreise geben? Meine Meinung ist, dass er mich zu führen würde. Und sicher, dass du nicht schnappst, wo er nicht wollte. Während du in der Forst warst war, habe ich gesagt, dass ein unserer Squad hat den Lord. Nein. Der Ort war nicht so nah an, wo du warst. Ich verstehe. Nun, die wichtigste Sache ist, dass du sie endlich verletzt hast. Hast du viele Schnellreise gemacht? Du wirst das nicht glauben, aber sie hat sogar noch eine Schnellreise gemacht. Sie hat keine Schnellreise gemacht. Aber was über die Schnellreise gemacht? Was über die Schnellreise gemacht? Entschuldigung. Sie haben mich nur auf die Basiken verletzt. Für jetzt, Deadheim ist bereit, dass er seine Schnellreise zu machen, in der Plaza. In der Zwischenzeit habe ich mich umsetzen, um einen Defensperimeter auf dem Ausland der Stadt zu setzen. Also werde ich für eine Zeit aus der Stadt sein. Ich denke, Deadheim wird erwähnt, was er mit dem Lord zu tun hat. Du musst mir wissen, wie es geht. Anyway. Bis zum nächsten Mal. Hm. Aber klingt schon mal sehr, sehr interessant. Ich bin schon gespannt auf die Rede. Ich bin schon gespannt auf die Rede. Ich bin froh, dass ich nicht sagen kann, dass ich viel von ihrer Herrschaft persönlich kenne. Es gibt viel über das, was nicht Sinn macht. Die Meisterkörse ist auch eine Frage. Lass uns umgehen, wie Beifon sagte, und sehen, was passiert. Wir werden nicht verlassen, bis wir zu dem Grund haben. Die wird den Meisterkörn aktivieren und alle abschlachten. Nein. Nein. Das ist wieder Gemetzel. Das sage ich euch. Das ist wieder Gemetzel. Mit safeem Gemetzel. Aber erstmal. Sollten wir es sich ausholen. Vielleicht können wir ein Upgrade machen. Das wäre es auch noch. Das wäre richtig, richtig chillig. Was auch mal habe ich eine Art zu schlafen? Ist das noch eine Art zu schlafen? Ich schlafe es noch etwas zu schlafen. Aber ich habe noch etwas zu schlafen. Ich schlafe es noch zu schlafen. Aber ich hatte die ganzen motor. Und dass das keine davon hinten geholfen wäre. Aber das war das Ding in der Hand. Es ist lustig. Um an zu streich war es nicht. mhm, mhm, ich muss nur halt schauen, das war schon, akkretemäßig, sollte ich nicht von da eigentlich schon was besseres haben, auch nicht nur, bitte mal, beehren, ich soll jetzt eh was besseres haben, Vicky, Vicky, du hast sicher was besseres, da, oh, oh, okay, okay, da bin ich jetzt ein bisschen gerade im Test von hier, ah, da haben wir noch immer, und da, da sind wir immer noch beim Dreier, da sind wir noch immer beim Dreier, physischer Scheiße, hört sich aber gut an, BA, Aufladerate, Öte, Aggression, L, mhm, Vorher schauen, maximale KP Elementar verteidigen, oh, das ist jetzt eh was, sehr gut, Ich glaube, ich lasse das dann trotzdem, ich glaube, das lasse das dann trotzdem, und da warte ich halt einfach, bis ich das Nonplusultra am Start habe, Diese müssen die Dannins, die die Darkwinge freien. Den Lord würde ich jetzt auch gerne einmal kennenlernen. Jetzt haben wir schon so verkehrt. Das hört sich schon mal sehr gut an. Was ist das? Ja. Es ist Lord Almadria Kineris. Bitte, stop. Kein good kann kommen von so einer Gefahr. Stop, oder es gibt keine Rückkehr. Ist das supposed to be justice? Ich habe es ja ganz vergessen, dass sie keine Brille auf hat. Bin das schon so gewohnt, dass die Brille noch aufholt. Die olde. Die Realenwall. Ich habe das gleich mit dem Auto gehabt mit der Hext. Wir sind die Läufe. Wir sind die Läufe. Wir sind die Läufe. Astral Energie? Warum jetzt? Du glaubst das nicht. Unsere Welt. Oh shit, was tut sie da, Leute? Oh shit, es wird eine Fickerei jetzt, es wird ja eine richtige Fickerei. Geil. 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 Ge Was? What? Ah, du Scheiße. Allesamt. Bist du teppert. Und dann fix mit der Hexe verschmolzen. Safe, safe. Oder halt einfach am Boden. Ja, scheiß drauf. Aber die wird sich jetzt verwandeln. Die wird sich jetzt fix verwandeln. Die wird die ganze Energie jetzt aufsaugen. Und gegen uns kämpfen. Ich sag's dir. Diese miese kleine Schlampe. Ich liebe sie. Sau geil. Sau geil. Sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Bist du teppert. Ich muss gar nicht wissen, wie ich mit der er endet, Alter. Bist du teppert? Wird das so dick essen? Trainieren müssen, glaube ich, gegen derer. Bist du teppert? Die wird sicher ficken. Die wird sicher uns richtig, richtig meier machen. Bist du teppert? 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 Bist du aus meinem Weg, oder ich werde dich töten! Woah. Woah. Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Oh. Oh. Diggi. Ich brauche dich im Kampf. Ich brauche dich. Was tust du? Was tust du? Was tust du? Was tust du? Bitte sag nicht, das ist meine Mom. Ich bin nicht wirklich sicher, du weißt. Aber wenn ich in deine Augen schaue, kann ich dich nicht tun lassen. Gott sei Dank kann man genau Bier, aber die beiden nicht im Tuch. Gott sei Dank. Ich bin dein Vater. Nicht ich sehr, dass ich das als du? Geh. Wenn du nicht... dann werde ich dich wiederholen. Eden So. Sorry. Ich bin Angst, denn ich kann dich nicht damit machen. Was ist das? Keine Weise. Ich kann's nicht lassen. Nicht während dein Gesicht ist voll von der gleichen Haltreie, wie die Menschen, die sterben. Du hast gesehen, was sie getan hat. Was hast du gesagt? Sie sollte einfach weg von dem? Deine Augen sind sehr gut. Ich weiß nicht, was ich mache. Wie will der jetzt noch kämpfen? Ich kann nicht einmal mehr stehen. Still, ich weiß, dass es falsch ist. Wenn du das durchkommst, ich weiß, dass du es vergisst. Ich bin sorry. Ich bin... Entschuldige mich. Ich kann nicht glauben, dass du... du von allen Menschen... Ich glaube, wir hätten mehr kaufen sollen. Ich glaube, wir hätten ein paar Items kaufen müssen, oder gegen... gegen den Lord, oder bis deppert. Ein bisschen Säure. Und der Bimpfe war weg gewesen, bis du deppert. Sie hat viel gesoffen, Bimpfe gezählt, oder? Warum hast du... Warum hast du verloren? Das ist dein kleines Show ziemlich fertig. Warum hast du... Für viele Jahre meiner Leben... Ich versuchte mich auf die Studie von Astral-Arten. Aber das Wissen, was ich aus Ihrer Familie... war wirklich in meinem Leben. Und wenn du ein Keiner reinkommt... Es ist wirklich ein Begegnungslosischer... ich habe mögliche Angst vor wie ich dort habe. Ich werde dich aufhalten werden, die ich zu脱st, von meinen Arbeitern nicht so taschen. Was gibt das nicht? Ich habe das keine Gefahrsuche haunted. Aber die Leute eine Hörbnung. Das ist mir gerät. Ich habe das ein Begegnungsloser. verarschen oder beide klärten arke nur nur das fisch ok ok nur das fisch ist möglich hat schwachstelle ist das jenes ist okay ist okay ist okay damit kann ich definitiv umgehen du das fisch ist okay und die kompon kompon dauert nicht mehr lang angewurzelt hat irgendeine attacke vor gehabt will ich meinen ja es war dann wieder zu früh war dann wieder zu früh jetzt wird es langsam knapp jetzt wird es langsam knapp ja passt heilung sehr gut sehr gut ganz schön wieder weitermachen ganz schön wieder weitermachen im maul ist aber auch sowas ja 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 im maul ist auch die schwachstelle ich werde trotzdem mal das hintere das hintere werde ich einmal machen hintere ist besser der bloß soll leben jetzt gar nicht mehr komm hintere 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 mit den mit der mit sie ist wurscht und wo sie immer und das ausdrucken der hinteren Teil ist da mal abgefetzt der hinteren Teil, nur mal den hinteren, nur den hinteren wie einmal sind alle viel zu nah da viel zu nah schön gemacht, sehr sehr schön ich bin schon wieder zu weit weg sonst hätte ich mir ein bisschen Feuer ausgenutzt ich finde es schade aber ist ok kritisch, kritisch, kum, kum, kum scheiß drauf ob es tropfen ist oder nicht ich kann mir schon relativ gut vorstellen dass sie eine zweite Phase haben wird mit dir vielleicht sogar was mit dir vielleicht dann auch noch klar kommen werden muss jetzt haben wir schon so brav drauf kann auf Schwabung ich bin mir nicht hier sehr gut genau aber jetzt in dem scheiß fucking Moment Habe ich nix machen können. In die Fresse, Bitch! Jetzt, na geht's! Können wir jetzt gar nix mehr. Oh ja, wieder hinter! Hinter können wir wieder! Interessant! Interessant! Ich werde aber jetzt singen das Game. Obwohl scheiß drauf. Obwohl scheiß drauf. Hahahaha! Erstmal fertig machen. Erstmal fertig machen. Und dann schauen wir. HP. Brauchen wir schon ein bisschen was. Das zusätzlich ist. Ah, nix! Nix! Jetzt können wir ein bisschen was dazu haben. Aber ist nicht so schlimm. Warten wir mal ab. Warten wir noch ab. Warten wir noch ab. Derweil ist chillig. Derweil ist richtig chillig, der Gegner. Taugt mir. Dass wir, glaube ich, automatisch gleich sie besiegt haben, wären wir ein bisschen zu ab. Aber ich weiß nicht. Da hätt ich gern gegen ein Lordcamp, muss ich sagen. Da hätt ich gern gegen ein Lordcamp. Da war er gut. Ja, dafür wird der fünfte Lord aber richtig. Die Motherfucker werden sicher. Da hab ich eh schon gern gehabt. Er muss leveln. Da muss dann leveln. Bei ihm. HP mäßig schaut's okay aus. HP ist okay. Weil so muss ja wieder irgendjemanden heilen. Muss ja wieder irgendjemanden schauen. Super. Der Habschi. Was ist der Habschi, der sogar noch Leben dazugekriegt hat bei mir. Super. Genau der Habschi. Nutze aus. Nutze aus die Situation. Aber sollten wir was haben, oder? Wenigstens. Ja, für. Ja. Obwohl's. Für sie schaut's auch sehr, sehr kritisch aus. Wenn wir sie nicht heilen können, dann sind wir an uns. Es ist vorbei. Es ist definitiv vorbei. Unbedingt. Unbedingt. Bevor sie hieß. Hä? Hä? Alter. Das kann jetzt nicht der Ernst sein. Nur durch dessen Scheiß Wirbler, oder was? Nur durch dessen Scheiß Wirbler. Das ist seine Scheiß zweite Phase. Attacke. Wieso? Alles fit, oder was? Der Geschleichte. Da hab ich mir mehr erwartet. Da hab ich mir mehr erwartet von dem Gegner. Mach einfach Heilungszweiß und Tschüss. Da denk ich mir. Geht ja hin. Geht ja hin. Weg. Weg von dem Scheiß Wirbler. Soll sich gleich selber treffen vom Wirbler. Ah, wir wärs denn damit. Oh, jetzt muss er extra noch die Panzerung raushauen. Junge. Gott, er kommt auch noch dazu. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gute Schwachstein ausgenutzt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hatt ihr die ihre Spezial-Tage auspacken können. Oh, da kriegt ihr ihre Spezial-Tage auspacken können. Wieso? 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 Oh, nur noch 3 HP. Nur noch 3 HP. Und sich das trotzdem rausgeht. ich hoffe dass du das bis dahin noch ausgeht ich bin fit dahin aber das nutzt ihn noch aus ja wow dieses Apfengelee hat sich jetzt sowas von gebracht es hat sich sowas von gebracht jetzt is er's und tschüss aber ich muss schon sagen boah, gemütlich war nicht zu schwer war aber auch nicht zu wafog war schon gut war schon gut so und sie ist natürlich entkommen typisch für den finalen Angriff da boah ich hoffe dass ihr daran wenigstens persönlich gegen käme das ganze Zeit war Regardless of what she had to gain, what kind of person would do something like that? If she managed to find kinship in Kelzalik, then I'd say the very worst kind. It's clear now that she used Menensea as a testing ground for the fruits of Helgen, before using them here. So everything that led up to this moment was all a part of her plan? Once she knew they'd eaten enough tainted food, she just needed to get herself caught. We have to go after her. Balseth and Gannibal were horrible. Almadria makes them look like saints. I doubt she's really gone back into hiding. We have to put an end to this once and for all. Yeah, but what she done can't be forgiven. I'm excited, how the fight will be. I saw what hatred did to those people, but hating her is the only thing that's kept me going. I can't just stop hating her. What am I supposed to do? Tell me. Smile at her from across the battlefield? Apologize while we fight her? I don't know if I can do that. Brinwell. Nobody can understand what you've been through. We can't even begin to imagine the pain you've experienced. But if hate is what has kept you going ever since that day, then let it be your strength. However, think about this. When you've had your revenge, when we've beaten Almadria, then what will you do? Huh? I'm saying you're going to have to find a way to survive once that hatred is gone. When it is, what do you plan on doing then? I don't... I don't know. I've never thought about it before. Almadria's death doesn't have to be your end, too. You need a reason to live, Brinwell, not an excuse to die. Understand? She's right. We could never truly know the pain that Almadria has caused you. But I think you should listen to Xion. Give yourself time to consider things. And if it's too much right now, it's okay for you to sit this one out. No. My head might be a mess right now. But I'm not letting you fight Almadria without me. I need to be there. Please. That much, I do know. I'm going with you. And on the road, I'll... I'll think about it. A reason to live. Without hate. That said, it'll be no good chasing after her blind with no idea where she went. She does this all, Mariemann. Béfon, do you have any ideas where she might have gone? I'm going with you to see her blind with no idea where she might have gone. I can't say for sure. But west of here is an underground harbor along a cliff near the coast. She spent years building a ship there. A floating fortress that she called her castle on the sea. No one quite knew why she wanted the thing. But now. Of course. She's already effectively destroyed her own capital. It's likely she planned to abandon her realm as well. Well, right. That's as good a lead as any. Let's go. Todeskandidaten, habschig was? Machen wir da wieder was fertig, hätte ich gesagt. Entweder zu teuer oder wir haben da schon alles, was die Billi so sein Kind hat. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Und? Sehr, sehr gut. Leute, damit würde ich auch sagen, hau dran. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschau.